Hallo, ich bin Alisa aus Deutschland. Ich war hier bei Buenas Cosas für ungefähr drei Wochen und habe als Englischlehrerin gearbeitet mit den Kindern und das war ziemlich cool. Die Kinder sind total aufgeregt, wollen unbedingt ganz viel lernen und sind Energiebomben. Dann letzte Woche, die letzte Woche haben wir damit verbracht, die Küche zu bauen praktisch. Dieser Ofen mit, ja, diese drei Öfen eigentlich und drei Schornsteine und auch ein Tisch aus Zement, glaube ich. Und es war ziemlich cool zu sehen, was man hier alles machen kann mit so wenig Geld, aber trotzdem funktioniert es. Und die Mütter, die hier immer kochen für die Kiddies, werden ziemlich froh sein, dass es jetzt einfacher geht. Und ja, ich bin froh, dass ich bei Buenas Cosas gelandet bin und würde auf jeden Fall wieder zurückkommen. Und ja, tschüss! Tschüss!